Ja, moin und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal von einem anderen Ort aufgenommen mit anderer Technik. Ich hoffe, alles funktioniert soweit. Ja, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und hier kommt jetzt das Osterhoroskop. Zurzeit bin ich ja in Auszeit eine Woche und mache keine Tageshoroskope. Aber ich hatte versprochen, das Osterhoroskop zu machen. Und da wir am Donnerstag auch Vollmond haben, denke ich, es ist ganz gut, hier auch eins, zwei Tage vorher das einzustellen. Ja, wie ist die aktuelle Lage im Moment? Ja, wir gehen ja jetzt auf den Vollmond zu. Ich erwähnte es gerade, dieser ist am Donnerstagmorgen um 6.34 Uhr im Zeichen Waage. Der Mond heute am Dienstag noch in der Jungfrau wird heute Abend kurz vor Mitternacht um 23.51 Uhr in die Waage eintreten. Das sehen wir gleich nochmal. Und wir sehen hier eine Konstellation von Sonne, Chiron und Jupiter im Widder. Die Häuserpositionen sind jetzt egal, weil die stelle ich immer dann ein, wenn ich das Video aufnehme. Ja, diese Verbindung von Sonne und Chiron, die ist dann auch am Donnerstag exakt genau um 0.18 Uhr, also noch vor dem Vollmond. Und dazu gleich noch mehr. Ja, und Merkur ist in den Stier gewechselt gestern am Montag, wo er jetzt sehr lange bleiben wird, denn Merkur wird hier im Stier am 21. April rückläufig bis zum 15. Mai und erst am 11. Juni wechselt er in den Zwilling. Also das sind über zwei Monate mit Merkur im Zeichen Stier. Und das Zeichen Stier ist ja das feste Erdzeichen. Merkur steht fürs Denken und die Kommunikation. In dieser langen Zeit gilt es wirklich, die Vorhaben und Dinge gründlich zu durchdenken. Die Zeit und Gelegenheit dafür haben wir durchaus auch die Möglichkeit über Geldanlagen oder überhaupt Anlage von Werten nachzudenken in dieser Zeit. Kurzfristiger ist hier diese Konjunktion von Sonne und Chiron, die wie gesagt dann in der Nacht zum 6. Donnerstag exakt wird. Chiron ja ein kleiner Stein, könnte man sagen, der im Weltall zwischen den von uns weit entfernten Planeten Saturn und Uranus sich bewegt. Eine Umlaufzeit von 51 Jahren hat, die aufgrund seiner sehr elliptischen Umlaufbahn dazu führt, dass er in manchen Zeichen sehr viel langer als in anderen ist. Zurzeit im Zeichen Widder. Ja und Chirons Bedeutung ist unter Astrologen immer noch umstritten, möchte ich sagen. Das Symbol des Schlüssels finde ich sehr gut, weil Chiron uns oft Schlüsselinformationen liefert. Diese Schlüsselinformationen können Türen öffnen, die bisher geschlossen waren. Andererseits kann es uns aber auch Türen öffnen, Räume zeigen, wo Schmerzen, alte Verletzungen und Wunden sind. Dinge, die uns im Widder vielleicht daran hindern, die Aktivität und die Durchsetzungskraft und den Willen und die Absicht aufzubringen, unseren Geist, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und die Dinge zu steuern. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir beispielsweise in unserer Kindheit als Prägung immer wieder gehört haben, du kannst ja nichts, das wird ja nichts und so weiter. Oder wir uns auch das selbst immer bestätigt haben. Und diese alten Verletzungen, die finden sich beispielsweise auch bei Chiron. Ja und die Sonne läuft ja im astrologischen Weltbild einmal im Jahr durch den Tierkreis und einmal im Jahr trifft sie dann auch auf alle Planeten und hier eben auch jetzt auf Chiron. Sie beleuchtet Chiron, sie macht seine Funktion viel, viel deutlicher. Es ist so, als wäre er jetzt in diesen Tagen unter einem Vergrößerungsglas und seine Bedeutung ein klarer gesehen werden. Und da auch Jupiter in der Nähe steht, liegt hier auch die Chance wirklich zum Wachstum und zur Fülle drin, wenn wir denn die Füße wegnehmen, mit denen wir auf dem Schlauch stehen, der uns zur Fülle führen kann. Warum gehe ich da so explizit jetzt darauf ein? Aus dem Grunde, weil diese Konstellation am Donnerstag auch mit in dem Vollmut ist, den ich jetzt hier mal schnell, hier haben wir das falsche Ruskop, bitte nicht drauf achten. So, hier haben wir jetzt endlich den Vollmond vom Donnerstag, dem 6. April, morgens um 6.34 Uhr ist es exakt. Wir sehen, inzwischen ist dann der Mond auch hier bis in die Mitte des Zeichens vage vorgelaufen. Sonne und Mond stehen sich gegenüber. Vollmond ja immer eine Spannungsfigur. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Vollmond ist durchaus eine Spannungsfigur, weil Sonne und Mond sich hier genau gegenüberstehen, die weiteste Entfernung haben und daher auch eine große Spannung anzeigen. Und diese Spannung hier ist so, dass hier ganz klar hier die linke Seite, Übergewicht hat Sonne, Chiron, Jupiter im Widder, dann im Stier hier einige Planeten. Also der Mond steht hier, wenn wir südlichen Mondknoten und Lilith wegnehmen als berechnete Punkte, steht der Mond hier ganz allein, ist Spannungsherrscher. Das heißt, es geht schon in Richtung Widder, also in Richtung ich will, ich kann, ich mag, mach, aber der Mond in der Waage sagt, aber wenn du andere mit einbeziehst und wenn du auf ein bisschen mehr Harmonie und Diplomatie und Austausch achtest, kannst du noch sehr viel mehr schaffen und erreichen. Aber es ist diese klassische Ich-Du-Spannung, die sich in verschiedenen Formen zeigen kann. Das würde dieses Video, die Länge dieses Video sprengen, aber manche Leute sind ja zu viel beim Du, nicht? Die kommen immer zu sich selbst zuletzt. Andere sind sehr egoistisch, sind immer nur bei sich, beziehen andere nicht mit ein. Und aus meiner Lebenserfahrung, und es ist ja auch logisch, zeigt sich ganz deutlich, dass wir durchaus andere Fähigkeiten mit in unser Reservoir aufnehmen können, Repertoire aufnehmen können. Denn andere Menschen haben andere Fähigkeiten, sehen die Dinge auf eine andere Art und Weise und können sehr bereichernd wirken, auch wenn wir dann Kompromisse machen müssen oder manche Dinge sich nicht so schnell entwickeln, wie wir das gerne hätten. Wie ich ja schon im Monatshoroskop April auf diesem Kanal abrufbar oder in den Tageshoroskopen letzte Woche ja immer wieder gesagt habe, ist dieser Vollmond, wie ich finde, sonst sehr harmonisch. Wir sehen ja auf Berlin gesehen, ist der Vollmond genau zum Sonnenaufgang, was ihm natürlich für Deutschland nochmal eine besondere Note gibt. Mars hier an der Spitze des vierten Hauses übrigens genauso wie beim Neumond am 20. April, der ja auch eine Sonnenfinsternis ist, also ein Finsternis-Shoroskop im letzten Grad des Witters, werden wir nächste Woche besprechen. Und auch da ist Mars im vierten Haus für Deutschland. Das heißt schon auch, hier gibt es Auseinandersetzungen und Kämpfe im eigenen Haus, im Zuhause. Andererseits, wenn wir die Energie gut einsetzen, können wir auch in unserem Zuhause, in unserem Land einiges auch verbessern. Ist aber Anstrengung dabei auch von Nöten. Ja und damit ist im Grunde jetzt, der Donnerstagvormittag ist damit schon im Grunde der Höhepunkt schon vor Ostern. Also der Osterhöhepunkt ist schon vor Ostern. Und Ostern ist dann eher im Nachtklang des Vollmondes zu sehen. Also das ist ja nach dem Vollmond gilt es immer, das, was beim Vollmond geschehen ist, zu verarbeiten, zu verstehen und dann weiterzugeben. Und ganz interessant ist, dass dann am Karfreitag, das ist ja der 7. April, dass dort dann morgens um 8.29 Uhr der Mond schon aus der, der dann abnehmende Mond aus der Waage in den Skorpion wechselt. Und das passt natürlich, der Skorpion, das Leben von Leben und Tod, von Wiederauferstehung, von Transzendenz mit dem Karfreitag, also mit den Ereignissen, den christlichen Ereignissen, um den Karfreitag in Verbindung zu bringen. Das passt jetzt mal so richtig. Und wir haben am Karfreitag abends, ist es exakt, hier ein schönes Sextil zwischen Venus und Neptun. Also durchaus die Möglichkeit fürs Gebet, für die Meditation, das fällt uns dann vielleicht leichter. Schöne Naturerlebnisse mit anderen zusammen schweigen, das könnten alles gute Energien sein, die wir am Karfreitagabend leben können. Und auch der Merkur hier macht ein schönes Sextil zum Mars. Das ist dann am Sonnenvormittag exakt. Also auch gute Gespräche können hier geführt werden, vielleicht im Zusammensein mit der Familie. Ups, da bin ich schon ein bisschen zu weit. Genau, dann an dem Ostersonntag wechselt dann der Mond in den Schützen. Genau, das ist der neunte, alles richtig. Und wechselt der Mond in den Schützen. Das heißt, diese Skorpion, diese eher introvertierte, sehr emotionale, vielleicht auch ein bisschen auf Tod und Kreuzigung ausgerichtete Energie, die geht dann spätestens am Ostersonntag mittags dann weg, denn der Mond wechselt dann um 14.56 Uhr in den Schützen. Die Energie wird sehr viel feuriger, intensiver, mehr Bewegung, mehr Aktivität, mehr Diskussion ist dann möglich. Und auch der Ostermontag dann in der ähnlichen Energie hier mit der Sonne-Jupiter-Konjunktion durchaus Tage der Fülle, die wir dann auch nutzen sollten, indem wir vor allem natürlich schauen, was gibt mir ein gutes Gefühl, was ist für mich Fülle, wie möchte ich diese Tage denn für mich feiern oder sein, möchte ich vielleicht alleine sein, möchte ich mit anderen zusammen sein, was unternehmen oder nicht. Das könnte man im Vorfeld vielleicht durchaus mal überlegen, weil die Möglichkeiten sind dann Ostersonntag, Ostermontag durchaus gegeben. Ja, und dann am Osterdienstag, also am Dienstag nach Ostern, dann bin ich sozusagen wieder, mache ich dann wieder meine Praxis auf und dann gibt es auch am Dienstag dann wieder ein Tageshoroskop und das ist nämlich ganz interessant, weil am Dienstagmorgen nämlich die Venus, den Stier in Richtung Zwilling verlässt. Venus wechselt in den Zwilling, das bedeutet auch Geselligkeit, Kommunikation, Austausch, Beziehung, Liebe zum Wissen, all das wird beweglicher und vielleicht auch dadurch ein bisschen interessanter und am Abend des Dienstags dann wechselt dann der Mond aus dem Schützen in den Steinbock. Soweit mein Osterroskop. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns dann spätestens irgendwie nächsten Dienstag wieder dann auf dem normalen Platz. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Liebe, frohe Ostern und nur das Beste und sage Tschüss und bis dann.